hallo und herzlich willkommen ich bin seuer paddy vom paddy game tv oder ich war es mal ich ja fange ich mal ganz kurz und knapp an habe hier drei tabs offen und ja das ist ja mein kanal den kennt ihr ja dass ihr seid auf das video auch gestoßen oder ihr werdet auf den kanal noch stoßen weil das video gesehen habt und ja das letzte video ist drei wochen her woran liegt dass das liegt daran dass ich hier nichts mehr machen werde so nicht mehr aktiv erst mal lange das so sein wird wird sie noch herausstellen auf jeden fall bin ich an einem neuen kanal arbeiten nämlich der nennt sich aus den verlinke ich euch auch unten in der infobox und ja was soll ich sagen kurz und knapp da mache ich jetzt zusammen mit so mk den vielleicht auch einige von euch kennen werden hier ist sein info video auch erst vor einer woche naja fast zwei wochen hochkladen hat und wo er dann erklärt dass er auf seinem kanal nur noch die backups von twitch hochladen wird was ich auch vor habe zu tun und ja hier ist jetzt unser neuer kanal ja jetzt könnt ihr euch selber angucken und da findet ihr auch noch alle wichtigen links steams steam facebook haben eine facebook seite eine gemeinsame bei twitch genau twitter accounts sind auch da verlinkt und ja ich habe halt gemerkt auf meinem kanal alleine wird das nichts mehr deswegen haben so und ich uns überlegt kommen wir haben schon immer späße gemacht lasst uns doch gemeinsam kanal machen das machen wir jetzt auch einmal kurz hier gucken gehen zum kanal solche heute vor acht stunden der nächste sticktower part von minecraft final fantasy gibt es ja auch uri also hier aber mein verzeuge sind wir beide am spielen final fantasy spielt er gerade bei im fünften part oh sie bleibt vorsprich auch beim fünften hey das ist ein zufall 5 part 5 part 5 part 5 da habe ich noch gar nicht geachtet hey hey high five kommen dass das ist kein zufall kam kam nun muss die fünf geben ich weiß es die mir die fünf geben mir die ja ja und super was geschafft auf jeden fall wie ihr sehen könnt ist das schon eine menge getan auch hier wir so rein seinem info video sagt hat er hier das auch noch neu hoch gelassen die manche passt jetzt nicht sondern das jetzt wie upload das sind wir auch schon zusammen am spielen gewesen und hier bei mir auch klar gesehen habt zum beispiel bei hammer watch da sind wir auch schon zusammen gespielt deswegen kam es auch zustande dass wir dann sagten wir haben schon unsere letzten projekte zusammen gemacht lassen uns doch einfach ganz zusammen arbeiten kurz und knapp bis über nacht passiert hauruk aktionen banner alles drum und dran grafiken info info voodoo genau info videos auch ganz schnell passiert und ja jetzt sieht das so aus ich werde mal einen kanal behalten für die twitch video uploads die dann leider nicht gespeichert werden auf lange zeit vielleicht kommt auch irgendwann mal wieder da ein video wenn wir neben unserem jetzt hauptkanal die gemeinsam betreiben noch neben videos machen werden was ich jetzt aber nicht glauben werde so extrem und ja ich würde mich einfach freuen wenn ihr vorbeikommen würde wenn ihr ein abo da lasst wenn ihr euch gefällt oder auf twitter uns folgt weil wir haben beide twitter accounts ich kann euch die auch mal ganz kurz zeigen hier habt ihr einmal meinen twitter account ich habe mir gedacht so solltest du da jetzt auch mal machen wenn du hast ja schon abonnenten erzählt ja dann kann da kommt nichts mehr bin ich vor dass ich gerade nicht sehen könnte und ja hier haben wir dann noch den twitter account von sora wo dann regelmäßig unsere videos gepostet werden weil er hat leider mehr follower als ich also was heißt leider gott sei dank man hat einer von uns beiden viele follower aber ihr wisst wo es geht und ja ich freue mich einfach wenn ihr vorbeischaut wenn euch gefällt was wir machen wie gesagt wenn es euch gefällt lasst ein abo da kommentiert ganz fleißig dass wir miteinander interagieren können auf eure besserungsvorschläge eingehen können allerdings nur wenn es konstruktive kritik ist die wir wirklich sehr gerne haben wollen und begleitet uns auf unserem weg wer weiß wie weit wir kommen bei youtube wer weiß wie weit das alles gehen wird ich persönlich hoffe ja dass es sehr weit geht denn Straßenbahn ja ich persönlich hoffe ja dass es sehr weit geht ich kenne so natürlich schon eine ganz ganz lange zeit schule und so und das war für mich irgendwie logisch dass wir irgendwann mal jetzt können wir damit setzen und sagen so machen wir jetzt will ich euch gar nicht mehr weiter die zeit klauen war lang genug und ich hoffe einfach ja dass wir uns wiedersehen auf paus allerdings die paus betreffend sind kommen unten in die infobox und ich hoffe ich kann es nur noch mal sagen ihr kommt vorbei und lasst ein abo da wenn es euch gefällt wenn nicht lasst es aber kommentiert auf jeden fall das würde mich doch freuen also kann ich nur noch sagen habe mich gefreut euch die zeit zu stehlen und wir hören uns wir sehen uns auf paus und 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 Bis zum nächsten Mal.